Hallo hier bei Illo und Mops. Heute geht es mal wieder auf die Waage mit dem Gesamtgewicht. Gucken wir mal, letztes Mal hatten wir 3,9 Tonnen. Die Hinterachslast war letztes Mal bei uns 2.330. Wir dürfen eigentlich nur 2.240. Heute wiegen wir uns neu. Wir sind zurück hier im Ruhrgebiet und packen vorher noch so ein paar Kilos ab. Bleibt mal dran, es wird spannend. Haben schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben es rausgeschaut. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben es rausgeschaut. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja Leute, wir haben nämlich wieder einiges vorsortiert. Hier ist die erste Kiste, die wir schon raussortiert haben, die schon recht schwer ist. Und hier schauen wir jetzt mal noch ganz kurz rein. Wie ihr seht, wir haben schon wieder einen vollen Wassertank. Wir hatten uns nämlich das letzte Mal schon mit Wasser aufgeladen, sag ich mal so. Und mittlerweile habe ich die Stühle auch schon hier vorne. Griffbereit. Griffbereit. Aber jeder kennt es selber, vorne kommt man schnell dran. In der Mitte habe ich schon eine Kiste, sag ich mal, die ich aufbereitet habe, die hier rauskommt. Aber vielleicht müssen wir uns da in der Zukunft wirklich mal was überlegen. Das ist echt schon nicht so schön, hier immer alles abzupacken. Na, vielleicht gibt es da ja eine Lösung für. Auch diese Tasche, die geht raus. Ich habe mir mal einfach gedacht, eine Tasche, wenn wir ins Schwimmbad gehen, aber wir haben einfach, wir haben schon eine andere, wir haben so eine Strandtasche. Das ist Wahnsinn, ich habe zu viel eingepackt. Also ist das nicht immer die Frau, die einpackt. Ja, hier habe ich noch so eine dickere Yogamatte, die packe ich jetzt nicht raus. Die brauche ich eventuell nochmal. Oh, hier ist nochmal echt eine schwere Tasche. Die kommt auch nämlich raus, da habe ich nochmal so ein paar Sachen raus sortiert, die wir dann doch zu viel haben. Also das Laufrad muss sich der Kleine auch schon von verabschieden. Wir haben nämlich sein Fahrrad hier hinten, auch ein Gepäckträger drauf. Und seinen Roller. Und seinen Roller. Und es ist jetzt so langsam Zeit, dass wir bald uns mal Zeit nehmen, ihn einfach Fahrradfahrten beizubringen. Deswegen wird das leider auch eingelagert. Oh, jetzt geht es den Kleinen hier wirklich an den Kragen. Quatsch. Ja, man braucht auch keine Zweikipplaster und man braucht auch keine Zweiradlader. Ja, hast du schon recht. Ja, wir haben es jetzt wirklich mal optimiert. Hier sind noch Kisten, da hinten sind wir auch von der Höhe runtergekommen. Ja, super. Jetzt müssen wir natürlich mal alles wirklich wiegen. Wir wollen es ja natürlich jetzt schon wissen. Hier, ich habe eine Personenwaage, sage ich mal. Hier war ich gerade schon selber drauf. Ist egal, ich bin gerade ein bisschen drüber. Aber wir wollen ja wissen, was das jetzt hier wiegt. Ja, wie ihr gesehen habt, 14,8 Kilo, 15 Kilo. Runden wir auf, das ist schon mal eine Menge. 20,6 Kilo von der Hinterachse weg. Das ist doch schon mal super. Ja, jetzt haben wir ja ganz vergessen, die Waage zu wiegen. Die wird bestimmt natürlich auch noch mal ein Kilo wiegen. Ja, fürchterliegt das Wetter jetzt wirklich. Mobs rennt zu ihrer Freundin und trifft sich mit Nian und ich habe noch so ein paar Sachen zu tun. Ja, das Wetter hat sich jetzt zum Glück ein bisschen beruhigt. Das Gute ist, wir konnten sogar jetzt Pfand für meine Mar wegbringen, weil wir jetzt so geil Platz haben. Und ihr seht, es ist noch ein Stapel, dahinter ist noch ein Stapel und da oben sogar. Also wir haben jetzt mega Platz da hinten drin. Ja, die Feuerwehr ist hier gut unterwegs. Das ist schon doof. Wir hatten ja oft mal hier so Sturm und sowas, hattet ihr ja wahrscheinlich auch, wo dann richtig viele Bäume umgefallen sind. Ich weiß noch vor, boah, bestimmt fünf, sechs Jahren oder sowas, da bin ich mit Mobs durch die Stadt gefahren. Und ich weiß noch, wo wir da an dem Tag arbeiten mussten, dann konnten wir alle nicht arbeiten, weil überall die Bäume umgestürzt waren. Und ich bin dann bei der Müllabfuhr so gesehen gewesen und dann konnten halt so gesehen, die Mitarbeiter konnten halt wieder nach Hause gehen, sobald sie halt an der Firma waren. Ich weiß noch, an diesem Tag bin ich dann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ja, an dem Tag war ich dann halt so gesehen da, wir konnten dann nach Hause gehen. Aber nee, ich bin dann da geblieben, bin mit dem Sperrmüllwagen, weiß ich noch, mitten in die Innenstadt gefahren. Und ja, Ende des Jahres oder sowas hatten dann sogar die Mitarbeiter, die an diesem Tag ausgerückt sind, weil das war echt kaum zu gefahren, hatten dann sogar noch einen Bonus gekriegt und darüber hatte ich mich sehr gefreut. Ich sag mal so, ich nehme immer gerne mal eine Pfandflasche mit, wenn ich eine sehe, bin ich mir auch nicht zu schade, mich da zu bücken. Aber ich bin echt froh, dass ich den Akküren habe. Also hier diese Geschichte, jetzt schon wieder Störung und da drücken Sie jetzt irgendwo einen Knopf. Ah, da ist der Knopf. Jetzt habe ich angeschellt, jetzt kommt gleich jemand. Das ist einfach nur nervig. Naja, total. Ich war jetzt bei der alten Wohnung gerade eben mal, ich musste noch ein bisschen Post abholen, da waren noch zwei Briefe. Ich habe mal so mich umgeschaut, sieht wirklich gut aus. Aber das sind so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich glaube, Mops sagt gerade eben, das fühlt sich alles wie so ein riesen Urlaubstrip an. Jein, sag ich mal, ne? Für mich nicht so ganz. Ich fühle mich einfach super. Ja, ich bin jetzt hier in Dortmund am Freischütz. Hier ist so ein schöner Kletterpark und habe hier was Bedeutendes abgeholt, was wirklich wichtig ist, wo ich am nächsten Tag einen Termin habe und über was es geht, da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Ja, Mops, da bist du ja wieder. Ich glaube, einige sind jetzt ganz schön gespannt, was wir jetzt gleich machen. Was machen wir denn? Wir werden das Fahrzeug jetzt wieder wiegen und schauen mal, wie jetzt die Gesamtlast aus und wie auch die Hinterachslast aussieht. Wir sind da sehr gespannt und hoffen, dass wir jetzt die perfekten Gewichte haben. Ja, Leute, tanken. Wir müssen natürlich jetzt voll tanken. Ich stand letztens noch unter dem Fahrzeug und habe gesehen, wirklich, der Tank ist unter den Fahrersitz. Deswegen müssen wir auf jeden Fall getankt haben, bevor wir auf die Waage fahren. Ganz, ganz logisch. Ist wieder eine teure Angelegenheit. Da klippt das schon durch, aber nicht bei dem Preis. Das geht ja gar nicht. Da gibt mich noch einiges. Du bist aufgewacht. Du bist nicht klein. Du bist das, was du aus dir machst. Große Ziele, große Wünsche. Schreib sie einfach auf. Du kannst es schaffen, so wie wir, wenn du nur daran glaubst. Nur du selbst bist der Schlüssel für dein Glück bestimmt. Mach dich frei. Ich wünsche dir Rückenwind. Wir sind jetzt wieder an der Waage angekommen. Jetzt heißt es wieder, was wiegen wir? Was war letztes Mal unser Gewicht? Also es war ja Gesamtdings 3,9. Das hatte ich ja auch so getippt gehabt. Falls ihr das Video noch nicht kennt, das können wir euch mal gerne einblenden. Und jetzt heißt es, was wiegen wir wohl Hinterachslast technisch? Was haben wir denn auf die Hinterachse gewogen, Ello? 2.330 Kilo. Das war zu viel. Wir dürfen nur 2.240. Mein Tipp ist jetzt allgemein Gewicht. Wir sind jetzt bei 3.780 Kilo. Und die Hinterachslast liegen wir so. Ja, weil Mops muss jetzt leider wieder aussteigen. Das heißt, sie wird jetzt in dem Fahrzeug nicht vorne mit dabei sein. Mein Tipp ist es, wir sind jetzt bei 2.2. Ich glaube, wir sind genau 2.240 Kilo Hinterachslast und Gesamtgewicht 3,9. Ich würde jetzt sagen 3,8 Kilo Gesamtgewicht. Jetzt kommt nur die Frage, haben wir voll Wasser? Also wir sind jetzt vollgetankt, haben auch voll Wasser, Ello? Ja, wir haben voll Wasser und wir haben wieder den 10 Liter Behälter hinten drin. Ich stehe mit auf der Waage und das ist unser Gesamtgewicht. Ich stehe nicht auf der Waage und das ist unsere Hinterachslast und das ist 2,28, 2,29 Tonnen. 2,28, jetzt hat es sich eingepaddelt. 2,280 Kilo, das sind 40 Kilo noch zu viel. Ich habe mal jetzt wirklich mich von meiner Leiter getrennt, die wiegt 11 Kilo. Bin ich jetzt echt schon traurig, weil ich habe schon... 95 Euro. 95 Euro plus. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass irgendwelche Tauben oder Vögel da oben drauf, da macht so Plöpp am Dach und ich denke so, oh nein, du musst sofort gucken und putzen. Ja, dann habe ich den Wassertank mal hinten rausgenommen von 10 Kilo und noch so ein paar Boxen, die wir zu übrig hatten, die wir eigentlich denken, die brauchen wir noch, aber vielleicht brauchen wir sie gar nicht und noch was anderes. Ja, Mops, ich würde dich noch mal bitten, dass du noch mal rausgehst und wir fahren noch mal zurück, ohne dass du vorne drin bist. Ich bin gespannt. 2,24 Tonnen. 2,23 Tonnen. Mops, jetzt bist du ein bisschen sauer, ne? Ja, ich rache mich es gerade ein bisschen an, ich spreche es nicht aus wie in dem Kleinen, aber Illo wollte unbedingt die Leiter haben, weil er findet die so wichtig. Sie ist ja auch wichtig, aber ich sehe es nicht an, jetzt irgendwie die Leiter rauszulassen. Ey Leute, wir haben 95 Euro dafür bezahlt und 95 Euro jetzt für einen Hintern gekauft zu haben, möchte ich echt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Und das finde ich gerade sehr, sehr ärgerlich, weil das ist verdammt viel Geld und ja, da hört es bei mir einfach auf auch irgendwie, ne? Ja, genau das ist das, was wir rauspacken mussten. Wir sind jetzt bei unserem Übernachtungspunkt angekommen und wir lachen uns gerade eigentlich auch so ein bisschen weg. Wir haben uns total verschätzt irgendwie. Ich habe 150 Kilo weniger geschätzt, obwohl wir 25 Kilo rausgenommen haben, vielleicht 5 Kilo reingepackt haben. Genau, und ich habe ja auch irgendwie 100 Kilo gesagt, weil diese 150 Kilo haben mich irritiert. Ich dachte, nee, so viel nicht, komm nur 100. Wir haben ja gefühlt, irgendwie so viel rausgeholt, aber wir haben es ja echt gewogen. Von daher, was hat uns da gewitten? Ich habe echt keine Ahnung. Ja, ja, wir versuchen jetzt gerade eben die Leiter auch zu retten, so gesehen. Überlegen nochmal mit was anderes. Darüber werden wir wirklich morgen in dem Video reden. Und wir haben noch eine große Sache, die wir ganz vergessen haben. Die ganz viel Gewicht ausmacht, Leute. Also da waren wir gerade schon auf der Bahn gewesen und dachten so, oh, jetzt müssen wir zurück. Oh, jetzt müssen wir eigentlich zurück, aber es war schon zu spät. Und von daher, das könnte irgendwie vielleicht nochmal das Ruder rumreißen. Von daher, es bleibt spannend und wir werden nochmal liegen. Und man sagt doch, alle guten Dinge sind drei. Und dann schaffen wir unser Ziel. Bis zum nächsten Mal, wenn es dir wieder heißt, Illo und Mops. Genau. Lasst doch ein Abo da, falls ihr noch keins da gelassen habt. Kommt auch zu Instagram, dort heißen wir auch Illo und Mops. Und einen Daumen hoch, würden wir uns auch freuen. Tschüss. Tschüss.